Musik 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 So, so, auf die erste Wanderung. Alles einmal um den See rum. Wanderung, Spaziergang. Musik Musik Es ist wirklich schön hier. Auch der Wanderweg ist bisher echt schön. Äh, aber ich glaube im Sommer ist hier die scheiß Hölle. Mit den Möcken. Kann ich mir vorstellen. Also es ist 1a Herbst hier. Musik 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 Wir haben Ende Oktober. Es ist ganz schön eisekalt. Aber hier gibt es draußen duschen. Ich gehe jetzt mal draußen duschen bei dem Wetter. Gucken wir mal, ne? Das ist ja super praktisch, ne? Das ist ja super praktisch, ne? Guck mal hier unter freiem Himmel duschen. Oh oh. Oh oh. War es das mit kostenloser? Ne. War weiter einfach. Abwasch und Wäscheparty. Heute hier am ersten richtigen Regentag. Immer noch Hüttensee. 2020. Im Oktober. Wir stehen da. Mit Blick auf See. Die. Das hat Sebi bestimmt schon erzählt, ne? Und jetzt gibt es leider die erste Kinderwäsche. Kinderwäsche mit schlimmsten Sachen. Und die Männer sind hier am Schwedenhaus. Und waschen ab. Waschen wir zusammen ab? AA-Wäsche, ne? Guck mal, ich habe aber den Wundern mitgebracht. Pferde in der Pfetze. Pferde in der Pfetze. Da ist nochmal das neue Vorortzelt. Das ist auch total super. Ist auch wieder zum Aufpumpen. Genau wie unsere Markise. Wir haben leidlich gelernt, dass sie zwei Ventile hat. Nicht nur eins. Und funktioniert genauso gut. Wie die Markise. Man braucht allerdings deutlich länger. Weil man ungefähr eine Million... Eine Million Heringe rein dreht. Oder reinschlägt. Und jetzt haben wir einfach ein bisschen mehr Platz, ne? Freunde. Ein bisschen mehr Platz. Super gut. ... Untertitelung des ZDF, 2020